Er ist ein junger, junger Stürmer, der natürlich seine Tore auch in Österreich gemacht hat. Aber man darf es auch nicht vergessen, die Bundesliga ist natürlich ein ganz anderes Pflaster. Und man muss ihm halt ein bisschen Zeit lassen. Die Zeit hat er aber nicht, weil Borussia Dortmund möchte oben weiter dran knüpfen. Und da muss er einfach die Tore machen. Und ich hoffe, dass er es packt, dass er auch vom Kopf her sofort stabil ist. Und dann werden wir sehen, wo der Weg hingeht. Das Problem hatten wir in der Hinrunde, dass wir in der vorderen Spitze kaum Besetzung hatten. Jetzt haben wir einen dazu bekommen. Ich würde Paco nicht verkaufen, ich würde ihn lassen. Aber ich bin der Trainer nicht. Soll Favre das machen, wenn er meint, dass Paco nicht mehr gut genug ist, sag ich jetzt mal, und er passt nicht mehr ins System, dann muss man ihn abgeben, um, sag ich jetzt mal, das Geld zu sparen.